Ich knack die Zehn, ich will die Zehn, ich will die Zehn. Ich krieg die Zehn, ich krieg die Zehn. Herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Rayman Legends mit Bertis. Hey, hallo. Wir wollen Kang Food spielen, also das ist ein kleines Minispiel, was bei Rayman Legends dabei ist. Und da geht es eigentlich um, naja, die ganze Zeit nur schlagen. Aber jetzt erstmal zum Game. Ich will euch das kurz vorstellen. Das Ziel ist eigentlich sehr einfach. Wir hängen uns hier, weil wir gegeneinander spielen an diese verschiedenen Griffe. Und schon geht's los. Viel muss man da nicht erklären. Ich heiße einfach nur draufballern und Tore erzielen. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Ja, war gar nicht. Oh yeah. Nein. Scheiße. Fehler gemacht. Hey. Stier, stirb, 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 na gut, ist keine Ahnung. Nein, 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 nein das machen wir nicht ich habe es mit der Zeit gestoppt die Spielbezocken da ist die Kampferung ich bin der LB nein und wenn es verdammt das sein so muss das sein ich habe gewonnen erneut 3,2,1 einfach auf irgendwelchen Knopf vielleicht haben wir den Händen geht das schon genau wie bei Smash Bros ja verdammt ich bin so dumm ich kann ja nicht so muss das aussehen nein 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 das sehe ich nicht an erinnert ein bisschen an wie heißt dieses das Haus verdammt erinnert ein bisschen an das wie heißt das nochmal das Spiel für iPod Head Soccer oder das ist auch so eine Art Computer Fußball Spiel das ist natürlich ein bisschen lustiger die Hälfte wenn man das ist auch wenn es nicht findest du nicht also hallo es geht doch nicht der Räumen und die Pläne aber kann weg wir sind ich sehe ich auch wollen dass uns die Zuschauer das Gegner sind 5 Naja da vorne da stehen ich weiß gar nicht wie sie halschen und hinten auch Gegner ich meine Endpost sehe ich jetzt nicht aber ich meine ich nicht Nein 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 Nein! 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 Ach ja. Also ein bisschen einseitig ist das Spiel natürlich schon. Trotzdem. Es macht fun. Es kommt noch eins. Eins geht nicht. Wieder gewonnen. Ja, genau. So läuft der Hase. Ich hab keine Gnade. Keine Gnade. Ich lasse keine Gnade walten. Nein! Jetzt nicht! Warum hat er denn jetzt die andere Richtung? Ja, jetzt! Schlaf doch noch die Seite. Ich glaubst du, dass ich mal zu null gewinne? Vielleicht. Echt? Das sollen wir sehen. Ich glaub es aber ehrlich gesagt auch nicht. Wer ist denn eigentlich? Pffa! Sobald du es sagst. Nein! Nein! Oh mein Gott! Ich hab's geschafft! Jawohl, aber eigentlich war es schon drin, ne? Eigentlich war es drin. Kennt ihr das beim Tischfußball, dass wenn du quasi schon reinschlägst, also reinschießt? Aber dass dann wieder rauskommst, ne? Und dann... Ja... Ja, doch. Gut finde ich, dass man nicht immer mal nicht immer wieder zurückgesetzt wird, wenn das neue, wenn der neue Ball kommt. Also, dass man dann einfach weiterläuft. Und dass der Ball einfach reinkommt. Das hat was. Du glaubst, ich knacke die 10. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Jetzt zu 4. Bei Mario ist es halt so, dass man... dass die Gegner halt... Also, dass die anderen Mitspieler halt nicht resistent sind. Sondern du kannst halt einfach... Hier bei Rayman ist es ja so, du springst einfach durch die Gegner durch. Also durch deine... Also durch deine... Also durch deine... Also durch die... Also durch die... Also durch die durch. Und bei... Bei Mario springst du halt, wenn du auf den draufkommst. Du hast glaub ich ein eigenes Tor geschossen. 3. 4. 3. 2. 1. 2. 3 Spiele. 7 Minuten. Ja, wir machen... Wir könnten 5 machen oder so. So. Team wechseln. Können wir ja ins selbe Team? Wir wechseln einfach mal das Team. Peace! Und die Freunde macht auch so ein Peace. Verdammt! Verdammt! Loil! Krass. Ah ne, jetzt muss ich mich ja von ihm gewöhnen. Warte, ich spiele jetzt in das andere. Und das dann muss es halt tun. Scheiße, stimmt ja! Jetzt! Na, 5 4. schlagen? Ich! Ja, schlag doch die ganze Zeit! Nein! Nein! Ja, hier, warte mal schön hier, ja? Jetzt! Was sieht der denn nicht? Nein! Ich muss gar nicht viel machen und ich bin trotzdem. Nee, das Tor muss ja gar nicht. Das ist ja das Tor. Komm! Komm! Dankeschön! Ja, Mann! Komm! Wenn wir nachher wieder die Teams wechseln, ist die das Tor. Alles klar! Dann wechseln wir nachher wieder die Teams. Nach der einen Minute, die wir dann noch... Lalalalalala! Die wir dann noch haben. Ey! Ey! Goal! Goal! Der Sprecher hat auch keine Verwies, glaube ich. Nee, der sagt immer nur 1. Also... Ja, klar. Goal! Ja! 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 Ja, ich glaube, es ist der hat verschiedene halt ein Stück. Dankeschön. 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 Danke. Hallo. Schlagt mich nicht! Nein, schlecht mich nicht. Lalalala, la, 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 la. Tschüss. Ah, ha. Wieso? Ach so, Entschuldigung. Oh, ich bin ja auch in die falsche Richtung. Nein! Komm, 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 komm. Renn, renn. Hey, hast du gewonnen? Ne, ich hab das gewonnen. Ich muss nochmal wechseln. Äh, da lang. Ey! Aber man kann es anscheinend... Weil ich meine, da waren jetzt jeweils auf jeder Seite drei Haken. Und... Ja, genau. Hauer, mach mich nicht platt. Ist doch so... Nee! 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 Niemals! Doch! Doch! Nein! Schieß es selber! Hä? Was war das denn gerade? Ne, ich hoffe hier gerade. So. Komm. Hä? Komm, 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 komm. Wie bitte? Hier. Ja, gut. Gut, gut, gut. Nein! Ich wollte doch mal zu null gewinnen. Ja, ne. Ha! Ha! Verdammt! 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 Nicht nach oben, zur Seite! So, oder? Ah! Ja, ist klar! Hast du eigentlich voll geheime mit dem Marker geschaut, die letzten paar? Das ist ja auch noch zu Ende, oder? Und das amerikanische Publikum ist damit nicht zufrieden, weil... Ja, weil es scheiße ist. Nein! Weil halt die Mutter dann stirbt, ne? Und so. Ich will jetzt hier niemanden spoilern, aber die Mutter stirbt. Ach so, ich will hier niemanden spoilern, aber die Mutter stirbt. Und, ja. Aber es ist eigentlich ein ziemlich doofes Ende. Muss aber von Anfang an geplant gewesen sein, weil die Kinder, ne? Ich meine, die können jetzt einfach nicht Folgen drehen mit den Kindern, weil die Kinder sind jetzt ja erwachsen. Also die Kinder, die auf dem Sofa sitzen. Deswegen. Also irgendwas ist da schief gelaufen mit den Logoschreibern, glaube ich. Aber egal. Nein! 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 Einfach nein! Es geht da nicht. Es geht da. Erneut. Einmal geht noch. Einmal geht noch, einmal geht noch. So, zwei, acht, zwei Minuten geht die Runde. Okay. Gut. Und ich weiß es, dass ich noch nicht mehr gefeiert bin. Nein, nein, nein. Ja, nein. Ja, nein. Doch. Jawoll. Ah, ja, schönes Spiel, schönes Spiel, schönes Spiel. Game & Legends. Nein! Ich mache hier bei Rayman Legends alles Trara, ich zocke alles vom Spiel, aber zocke es nicht als J-Roll insgesamt. Also ich mache Walkthroughs, ich mache Let's Shows, ich mache Bla, dies und was. Ich zocke in Umbertus dieses Spiel, aber insgesamt... Ich bin so blöd, ich bin so blöd. Mach ich's nicht. Naja... Muss auch mal sein. Der Balz das hat sich doch, wenn er so ein richtiges Teil hat, gell? Findest... Echt? Ja, schon, jetzt hat er es. So... Daran sieht das... Ne, oder? Ne, ich glaub nicht, dass es daran liegt. Guck mal, wenn ich hier einfach... Wenn ich so schlage... Ist der blau? Aber er kann noch kurz sein, muss ich nicht sein. So ein Tauerschlag, ja. Stimmt, du hast recht, ne? Ja, das geht, du hast recht. Du hast recht, äh, du hast recht. Wenn ich's tun muss ich eigentlich... Bisschen muss ich eigentlich... Auf das Foto, oder? Alter, hat's voll weggeschluckt. Das kann man sein. Eh, 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 eh. Äh, 4-4. Alter, 4-4, der gewinnt hier mir noch. Das darf ich nicht zulassen. Ich the講ver Willie, wie es hier wie viel. Das darf ich nicht! Das ist bereit. Das meineheid hier vibriert. Das darf ich nicht. Das darf ich nicht! Ich krieg die 10, ich krieg die 10 Sehr gut Damit ist es beendet Jawohl Gut, Hauptgalerie Nein Es ist jetzt vorbei, es war ein schönes Ende Dann machen wir halt noch einen zweiten Part Frisch du meine Post Ich bedanke mich für das Ansehen Wer hat das noch auch noch Hallo, hallo, tschüss Das mache ich jedes Mal nach der Aufnahme Ja klar Ja klar Ja klar